Hallo liebe Follower, wir sind immer noch unterwegs in den Pini-Mädchen, aber immer näher jetzt an Adda Maria schon dran. Man sieht hier die herrlichen Bungalows, so irgendwie das Gefühl wie tausend in einer Nacht kommt da zustande in mir drin. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an den Orient und ganz vorne sieht man noch die Lagune, aber heute im Nebel, im Dunstschleier und die Halbinsel La Manga da vorne. Eine Fahrstraße und gleichzeitig auch der Wanderweg. Herrlich gelegene Sache hier. Es ist ganz still, kein Lüftchen geht, kein Vögeljanz zwitschert, die Vogelhochzeiten sind schon vorbei, die kommen erst wieder. Macht's gut!